Mauri ist eine interessante Person. Er ist ein sehr leidenschaftlicher Trainer. Er lebt den Fussball und das ist wichtig. Er weiss unglaublich viel über Fussball. Unter Mauri habe ich sicher am meisten profitiert, wie man sich auf Gegner und Spiel vorbereitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich persönlich kann nur von ihm sprechen. Er ist ein Perfezionist. Er hat mich sehr gut gemacht. Er hat mir viel Geld gemacht. Er hat sich technisch zu entwickeln. Ich kann nur von ihm sprechen. Ich kann nur von ihm sprechen. Ich kann nur von ihm sein. Ich kann nur von ihm sprechen. Er hat sich nicht aufgesehen. Er hat mich sehr gut gemacht. Er hat sich nicht aufgesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020